Wir sind hier am Stand des Bundesverbandes für Kameraleute. Es geht genau um den Job der Kameraleute. Man kann genau sagen, wann der erste Kameramann seine Arbeit begonnen hat. Das war am 25.12.1952 um 20 Uhr. Da startete quasi der Job des Kameramanns. Wir wollen über die Ausbildung sprechen. Der Job des Kameramanns hat sich verändert. Und natürlich auch der Kamerafrauen. Ich darf Ihnen und Euch das Panel vorstellen. Dr. Felix Fischl ist Geschäftsführer vom Filmhaus in Frankfurt. Da gibt es noch spannende Inputs zu erfahren. Jörg Geisler vom Bundesverband Kinematographie. Außerdem auch vom BVSK. Ich wusste, dass es noch passieren würde. Frank Rautmann sitzt neben mir. Der erste Vorsitzende vom Bundesverband. Und linker Hand Nils Jahnke, Ausbildungsleiter, Mediengestalter Bild und Ton bei der Gesellschaft für Personalentwicklung und Bildung GmbH Berlin. Und Vorsitzender im Prüfungsausschuss der IHK Berlin. Also wir haben hier Menschen sitzen, die sich rund um die Ausbildung von Kameraleuten bestens auskennen. Und Frank, ich würde Dich ganz gerne erst mal fragen, bevor Ihr anderen Euch noch mal vorstellt. Du als erster Vorsitzender des BVSK erklär doch mal ganz kurz, was genau macht den Verband aus? Also es ist halt wichtig, dass wir gerade für die Fernsehkamera-Leute, das sind ja die, die 1950 das erste Mal tätig waren, das Berufsbild erst einmal definieren, bevor wir dann über Ausbildung reden. Wir sind halt in eine, eingebunden in die Kreativwirtschaft, wir sind Künstler, bezeichnen uns als solche und das ist kein geschützter Beruf. Und als ich angefangen habe, den Wunsch zu haben, Kameramann zu werden, das ist schon ziemlich lange her, war das ganz eindeutig identifizierbar. Das waren halt die Menschen, die die Kamera geführt haben und das war halt auch relativ schwierig. Man wusste, man muss das lernen und das ist halt heute anders. Heute kann man in den Konsumermarkt gehen, sie kann sich eine Kamera kaufen, die sieht auch professionell aus, die sind auch gut, die Kameras. Ich will da auch gar nicht irgendwie hochnäsig drauf gucken und die Frage ist, ab wann ist man denn Kameramann, Kamerafrau? Das ist deshalb wichtig, weil wir natürlich als Berufsverband irgendwo eine Linie ziehen müssen, auch gerade in Fragen, die wir die ganzen letzten Tage besprochen haben, was soziale Standards betrifft, was Versicherungen betrifft, was Honorare betrifft, weil sonst wird das unglaubwürdig. Ich kann jetzt, wenn ich ehrlich bin, jetzt nicht irgendwie für jemanden 500 Euro Honorar verlangen, der im Grunde genommen das gar nicht kann, außer eine Kamera festzuhalten. Dann wird das schwierig und insofern müssen wir diese Standards definieren und der Beruf der Kameraleute ist eigentlich recht unscharf. Lustiges Bild jetzt, ja. Also es ist eigentlich recht unscharf und das ist eine sehr große Herausforderung des BVFK gewesen, die letzten 15 Jahre das eigentlich zu schärfen und auch entsprechend zu definieren. Und wir haben Zertifizierungen dafür eingeführt, um halt auch dieses Berufsbild dann zu evaluieren. Also das ist schon mal ganz spannend, es ist auch wichtig und richtig, dass man Standards anlegt. Da kommen wir natürlich jetzt in unserem Talk auch noch zu. Jetzt würde ich ganz gerne erstmal das Wort an Felix übergeben. Felix, du stellst ganz kurz mal das Filmhaus Frankfurt vor und dich selbst auch nochmal. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch mal an die Einladung, an Frank, an den BVFK, der das hier insbesondere für uns als Institution ermöglicht hat. Wir sind ein eingetragener Verein, der sich 1989 gegründet hat als eine Selbsthilfeinstitution sozusagen für die Branche, also von der Branche für die Branche. Wir geben Seminare, wir beraten, wir haben einen kleinen Technikverleih, wir informieren unser Publikum, unsere Zielgruppen, unter anderem in Form einer Zeitschrift, die da heißt GRIP, zum Teil hier auch ausliegt und natürlich auch auf unserer Webseite zu finden ist. Und ich bin seit vier Jahren der Geschäftsführer, freue mich, es ist ein Privileg insofern, weil wir, weil ich zusammen mit meinem Team dem Nachwuchs und unseren Zielgruppen helfen können. Also wir sind eine neutrale Institution, wir sind da, um anderen zu helfen und das tun wir unter anderem in Form von Weiterbildung. Danke dir. Jörg, stell du dich kurz nochmal vor, ich habe ja gesagt, du bist auch vom BVFK, aber du bist eben auch vom Bundesverband Kinematografie. Also ich bin Mitglied seit vielen, vielen Jahren im Berufsverband Kinematografie, früher hieß er noch Bundesverband Kamera, aber das haben wir geändert, auch als wir alle Gewerke, die an der Kinematografie tatsächlich mitwirken, erweitert haben. Wir haben nicht nur Kameraleute, also gestaffelt nach DOPs, also Directors of Photography oder lichtsetzende Kameraleute, wir haben Operator, wir haben zum Beispiel Steadicam Operator dabei, wir haben aber auch nicht lichtsetzende Kameraleute, Operator, die die zweite, dritte oder vierte Kamera bei großen Produktionen übernehmen. Wir haben die Kameraassistenten als Fokus Puller, First ID, AC und wir haben die DITs, die Digital Image Technicians, das sind die ganzen jungen Leute, die hochgradig mit der Technik moderner Digitalkameras und der Signalverarbeitung und der Herstellung von sehenswerten Bildern aus unseren, ich sage mal, in der Kamera normalerweise beim Film für das Kino in sehr flacher Gradation entstehen, die man so gar nicht anschauen kann ordentlich, quasi ein digitales Negativ zu einem wirklich schönen Positiv konvertieren. Und wir haben die Data Wrangler, die früheren Materialassistenten oder beim fotoschemischen Film die Materialassistenten, die dafür sorgen, dass die Essenz eines teuren, unglaublich teuren manchmal Drehtages auf einer Rolle Zelluloid niemals das Tageslicht erblicken, sondern dass alles schön verschlossen bleibt, im Dunkelsack ausgelegt wird. Die haben, und das verstehe ich von manchen Produzenten nicht, die dann fragen, zeig mal eben meinem Produktionsfahrer, wie man eine Kassette wechselt bei einer 35er Kamera und einlegt, das ganze investierte Geld eines teuren Drehtages liegt in den Händen des Kameraassistenten, des Kameramaterialassistenten beim Film. Und wenn das kaputt geht, ist eine gute Versicherung gefragt. So, darüber hinaus haben wir die Standbildfotografen im Verband, die dafür sorgen, dass die Filme in den Kinoauslagen auch Plakate haben. Wir haben die Colorgrader, die dann wirklich noch den künstlerischen letzten Touch und die Anpassung von Sequenzen inhaltlich zusammenhängend in ein abgestimmtes Erscheinungsbild von Helligkeit, von Farbe, von Kontrast und so weiter bringen. Und habe ich jetzt was, ich habe jetzt bestimmt noch was vergessen. Das ist schon ganz schön komplex, also es ist wahnsinnig viel. Es sind wahnsinnig viele Menschen im Departement der Kinematografie zusammen tätig, ohne die es je nach Aufwand, je nach Größe der Produktion nicht geht. Ich will noch eins hinterher schicken. Also Kamerafrauen und Kameramänner gibt es nicht erst seit den 50er Jahren, natürlich im Fernsehbereich, aber auch die Gebrüder Lumière, 1800 Tralala, Ende des 19. Jahrhunderts, waren natürlich auch schon Kameraleute. Das stimmt, aber die haben keinen Film gemacht. Es geht ja um die Film- und Fernsehkamera, Leute und Fernsehen ging ja da erst los. Also das war ja tatsächlich der Startschuss. Ein Zug fährt ein, ein Zug fährt ein, wo die Leute schreiend aus dem Kino gelaufen sind, vor lauter Angst, dass die Lokomotive auf der Leinwand kamen. Das war ein Movie, das war ein Direktfilm. Ja, 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 also gut, egal wie, es gibt sehr, sehr lange schon Menschen, die die Kamera führen, sagen wir es mal so. Und du hast es gerade sehr explizit ausgeführt, wie facettenreich das inzwischen ist. Also gerade wenn es um Kino geht, um Leinwand geht, was da alles noch dazu gehört. Und genauso, Nils ist natürlich auch der Job des Kameramanns, Schrägstrich Kamerafrau an und für sich, viel komplexer und facettenreicher geworden. Du hast gestern, wenn ich mir die Zahl richtig behalten habe, gesagt, du hast so um die zweieinhalb bis dreitausend junge Menschen ausgebildet. Auch über einen längeren Zeitraum. Du stellst dich bitte ganz kurz nochmal vor und dann würde mich interessieren, was hat sich verändert in der Art und Weise der Ausbildung? Was hat sich verändert? Okay, da kommen wir gleich zu. Ich fange mal an mit der Zahl, wie ich auf zweieinhalb bis dreitausend Leute komme. Und dafür muss ich ein kleines bisschen ausholen. Wir haben jetzt gehört, was es alles für Berufe gibt. Die Fernsehkamera-Leute im Bereich der Kinematografie splittet es sich noch weiter auf. Ich kann auf diese Vielfalt an Qualifikationen noch eine Schippe drauflegen, nämlich den Mediengestalter Bild und Ton, die Mediengestalterin Bild und Ton. Denn das ist ja ein Beruf, der quasi die eierlegende Wollmilchsau sein soll. Denn dort geht es ja nicht nur um die Kamera. Dort kommt das Licht noch dazu. Gut, das gehört eh irgendwie zur Kamera. Dann kommt aber noch der Schnitt dazu. Der Ton kommt dazu. Planung, Organisation, Dramaturgie, Journalismus und, und, und. Und das ist ein Ausbildungsberuf. Den gibt es jetzt seit 1996. Und diesen Beruf bilde ich aus. Und das tue ich als Dozent bei Bildungsträgern, die eben im Gegensatz zum Betrieb quasi eine Schule sind, an die junge Menschen gehen, dort eben auch ihre dreijährige Ausbildung durchlaufen. Und es gab zweimal bisher eine Novellierung dieses Ausbildungsberufes. Das ist dann gleich der Punkt zur, was hat sich verändert, Frage. Und man merkt jedes Mal, wenn der Beruf aktualisiert wurde, gehen die Zahlen nach oben. Denn es ist auch tatsächlich so, dass es mittlerweile der einzige Ausbildungsberuf ist, der in die Medienbranche führt. Es gab früher noch im Bereich Postproduktion die Film- und Videoeditoren. Dieses Berufsbild gibt es so nicht mehr. Das ist jetzt in die Mediengestalterausbildung integriert worden. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Die Vielfalt der Ausbildung. Ach genau, die Bildungsträger. Und das heißt, wir hatten den Hochphasen, gab es alleine in Berlin fünf Bildungsträger, die jeweils ein oder zwei Klassen mit Klassenstärken teilweise über 30 Teilnehmende hatten. Und wenn man sich das hochrechnet, alle halbe Jahre beginnt ein neuer Ausbildungsgang. Es gibt immer zwei Abschlussprüfungen auch pro Jahr. Dann kommt man sehr schnell auf diese Zahlen. Und ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Über 20 Jahren unterrichte ich das. Und mit einem Bildungsträger habe ich mich quasi so ein bisschen verheiratet. Da habe ich die Ausbilderposition übernommen. und organisiere jetzt den Unterricht. Ich unterrichte nicht mehr so viel selber. Aber ich organisiere das. Das heißt, ich plane, was sind die Inhalte aus dem Rahmenlehrplan, die wir umsetzen müssen. Was können wir umsetzen? Wo bekomme ich Dozenten dafür her? Wie haben die Zeit? Denn ich versuche auch immer gerne, Dozenten aus der Praxis reinzuholen. Also mir ist es lieber, dass ein Frank Trautmann, der zwar wenig Zeit hat und mir vielleicht ein oder zwei Unterrichtstage geben kann, aber es ist mir viel lieber, dass der bei uns zum Beispiel Lichtsetzung unterrichtet, als dass ich jemanden hole, der sagt, ich bin Vollzeitdozent und der kann das in der Theorie ganz schön. Aber in der Praxis ist dann irgendwo die Grenze erreicht. Der kann ein Dreipunktlicht erklären, Führung, Aufhellung, Spitzlicht. Aber was man halt tut auf einer Produktion, um wirklich zu dem Ziel zu kommen, das ist etwas, das kann nur jemand erzählen und erklären und vermitteln, der die notwendige Erfahrung mitmacht. Und Erfahrung ist etwas, das kann man nicht lernen, das muss man machen. Jetzt haben wir gestern in mehreren Talks gehört, dass es inzwischen Menschen gibt, die gehen einfach auf die Straße und sagen, ich filme einfach mal drauf los, ich bin vielleicht sogar Mediengestalter, Bild und Ton. Und die nennen sich dann Kameramann oder Kamerafrau. Ich glaube, Frank... Die nennen sich auch gerne D.O.P. Ja, also es gibt relativ viele Berufsbezeichnungen, die ein fertiger Mediengestalter, Bild und Ton für sich in Anspruch nimmt. Frank, eure Empfehlung ist, nach dieser Ausbildung, Mediengestalter, Bild und Ton, erst mal die Kameraassistenz zu übernehmen. Wahrscheinlich auch genau aus den Gründen, die Nils gerade genannt hat. Eben, dass man von Experten, von Menschen, die das schon länger machen, und einfach erfährt, wie läuft das denn? Was würdest du denn sagen, was macht denn wirklich den fertigen Kameramann-Kamerafrau aus? Wann kann man denn sagen, ich bin jetzt wirklich hier angekommen, wo ich sein möchte? Weil der Mediengestalter, Bild und Ton alleine ist es nicht. Ja, ich würde mal... Es ist so ein Berg, der anwächst. Ja, man fängt an mit dem Mediengestalter, Bild und Ton und hat dort sicherlich schon seine Vorlieben und seine Spezialisierung, und seine Spezialisierung. Es wird ja auch nicht jeder Kameramann oder Kamerafrau. Ich kenne durchaus auch Leute, die bleiben dabei. Das würde ich jetzt aber gar nicht schlecht machen. Die machen ihre Internet-Sachen, YouTube-Sachen oder sowas. Die haben mit Fernsehen auch gar nichts zu tun. Die machen ganz hervorragende Sachen. Ich bilde auch mit aus, bin also auch Dozent und habe auch bei meinem früheren Arbeitgeber auch die Ausbildung gemacht und habe da zu vielen noch Kontakt. Und da gibt es wirklich ganz großartige Leute, die halt ganz spezielle Dinge machen. Und dann gibt es halt dieses Berufsbild des Kameramenschen. Und das ist was anderes. Das ist jetzt ein bisschen vergleichbar mit einem Koch. Du kochst vielleicht gerne, sage ich jetzt mal, und das wird auch sicherlich hervorragend schmecken. Da wirst du deine Gäste haben und die kommen zu dir nach Hause und sagen, das kannst du auch im Restaurant machen. Das kannst du aber nicht im Restaurant machen. Weil du bist wahrscheinlich jetzt nicht in der Lage, in einem Großrestaurant oder in einer Krankenhausküche das Essen zu organisieren. Und die Kameraleute, unser Beruf ist halt die Bildgestaltung. Und wir müssen genauso viel Leidenschaft und Professionalität reinlegen, wenn es darum geht, hier so einen hässlichen Kasten zu fotografieren. Das muss genauso gut aussehen, wie wenn ich mit dem Rolling Stones im anderen Frühstück gehe und da einen Dreh mache. Da muss die gleiche Leidenschaft hinter sein, da muss die gleiche Professionalität sein. Und das sind halt dann die Kameraleute, weil die genau dafür nämlich bezahlt werden, das halt gut zu machen, das halt so zu machen, dass es gut aussieht. Mit der Wahl der richtigen Perspektive. Wir haben das eben wunderbar gehört bei den Bewegungssystemen. Da habe ich gar nichts hinzuzufügen, sich eine Geschichte auszudenken und das zu machen. Und es kommt darauf an, diesen Funken überspringen zu lassen. Und da muss man dann in der Tat nach der Mediengestalter-Ausbildung noch was zulegen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten über den Assistent, über die Assistentin. Schwierig wird das im Studio-Bereich. Und danach, also erst wenn man oben auf diesem Berg ist, dann kann man wieder sagen, ich verschlange mich, ich mache jetzt nur noch Steadicam oder ich habe jetzt dieses Spezialismus oder sonst irgendetwas. So sollte das aus meiner Sicht sein. Nils. Ja, ich würde es gerne noch ein bisschen ergänzen. Wir haben uns damals im Berufsverband, als es um das ganze Thema Definition des Berufsbildes ging, als allererstes natürlich Gedanken gemacht, was macht denn Fernsehkamera-Leute aus? Und es ist natürlich klar, es geht um Bildgestaltung, es geht um Technik, aber das ist ja noch sehr diffus. Das heißt, wir sind wirklich hergegangen und haben das in seine Einzelteile zerlegt und haben erstmal gesammelt, welche Kenntnisse, welche Fähigkeiten, welche Fertigkeiten brauche ich? Und haben uns auch Berufsbilder angeguckt von anderen Berufsverbänden, haben da versucht, die Analogien zu finden und haben dann im nächsten Schritt festgestellt, wenn wir das jetzt mal mit Ausbildungsverordnungen und mit Rahmenlehrplänen vergleichen, dann kommen wir sehr schnell an einen Punkt, wo wir sagen, naja, es ist ja nicht nur, dass man eine Kamera beherrschen muss, technisch einstellen, dass man sich mit Optiken auskämen muss, dass man etwas über Lichtsetzung verstehen muss, dass man wissen muss, welche Bilder brauchen denn die Kollegen im nächsten Schritt in der Postproduktion, damit sie überhaupt erstmal einen Film oder einen Fernsehbeitrag daraus montieren können. Und wir haben dann eben festgestellt, dass unglaublich viel Wissen auch einfach, darf ich das jetzt hier drehen? Dazu gehört, arbeiten im Ausland, da gehören ja nochmal ganz andere Erfahrungswerte und Kenntnisse dazu. Der Umgang mit Protagonisten, ob ich jetzt Schauspieler habe und man denke nur an jemanden wie Klaus Kinski, das erfordert einen anderen Umgang, als wenn ich jetzt mit Frank alleine irgendwo für ein Interview da stehe oder halt mit Olaf Scholz oder, oder, oder. Und dann gehört ja auch immer noch das Team dazu. Als Kameramann oder Kamerafrau hat man auch eine Teamverantwortung, zumindest für die Assistenten, Assistentinnen, die da noch mit zugehören. Und das erfordert ja wiederum auch nochmal Fähigkeiten. Erfahrung auch, ja. Konfliktmanagement, wie gehe ich mit Stress um, wie arbeite ich mit einem Team, wie kriege ich die Leute motiviert und so weiter und so fort. Und dann haben wir das alles mal zusammengezählt und haben halt festgestellt, naja, alleine das, was man lernen muss, um den Beruf an und für sich auszuüben, also Kamera, Stativ, Licht, Ton und so weiter im Griff zu haben, das wären die drei Jahre der Ausbildung, die überall üblich sind. Was man aber noch dazu lernen muss, um wirklich Kameramann, Kamerafrau zu sein, haben wir dann auch mal versucht, so auszuschlüsseln und sind dabei rausgekommen, dass wenn es eine Ausbildung geben würde, die eigentlich mindestens sechs Jahre dauern würde, plus dann nochmal die Erfahrungswerte, die man auch sammeln muss, um wirklich eine Führungsposition auch einzunehmen, die das mit sich bringt, dann wären wir bei acht Jahre. Wahnsinn. Jetzt, du wolltest ergänzen, lieber Jörg? Ja, würde ich an der Stelle gerade meine Frage, die ich nach dem Abitur, als ich zufällig, relativ zufällig Kontakt zu einer Fernsehproduktion bekommen habe, diesen Münchner Produzenten gefragt, wie lange es etwa dauern würde, bis man vielleicht Kameramann werden könnte. Ich habe damals schwarz-weiß fotografiert, der Kunstlehrer in der gymnasialen Oberstufe hat ein Labor eingerichtet, hat mich vom Pelikan-Wassermal-Kasten befreit. Ich war happy. Die Antwort war, zehn Jahre Kameraassistenz. Ja. Das war im Jahr 77, meine letzte Spielfilm-Kameraassistenz habe ich im Jahr 1987 gemacht. Es war tatsächlich zehn Jahre, inkludiert darin, zwei Jahre Vollzeitausbildung, 36, 38 Wochenstunden, glaube ich, an der nicht mehr existierenden, leider, leider nicht mehr existierenden Fachschule für Optik und Fototechnik in Berlin am Einstein-Ufer. Die haben nämlich zu meiner Zeit und noch ein bisschen drüber hinaus Kameraassistenten für Realaufnahme ausgebildet. Und ich habe es immer gerne gemacht. Ich habe selber, ich bin selber auch in die Ausbildung gegangen, Frankfurter Filmhaus, natürlich Essener Filmwerkstatt, Gautinger Sommerakademie. Aber was ich am längsten insgesamt gemacht habe, war die Kamera-Grundausbildung für alle Studierenden, egal ob sie als Regisseure, als Editoren, als Kameraleute natürlich sowieso oder für den Ton eingeschrieben waren an der Hochschule, an der Esquela de Cine International in San Antonio bei Havanna auf Kuba. Das habe ich 14 Jahre lang gemacht, jedes Jahr zwei Monate. Und man muss auch sagen, ich muss mit einem noch aufräumen, was vielleicht... Also ich habe jetzt vor 14 Tagen zwei Kameraassistenten gesprochen, die mir klar gesagt haben, wir werden als Kameraassistenten in Ruhestand gehen. Kameraassistenz ist im Filmgewerbe ein eigenständiger Beruf. Er ist natürlich auch Voraussetzung, um Kamerafrau, Kameramann zu werden. Obwohl, auch das stimmt nicht immer. Mein berühmter Kollege Just Vaccano hat auf der Münchner Messe wunderbar erklärt, dass er selber nie Kameraassistent war. Er hat es nie gelernt. Er ging immer seiner eigenen Nase nach und hatte Welterfolg, wobei er das bot als den Höhepunkt seiner Karriere und die US-Filme dann eigentlich schon wieder weniger wertvoll findet in seiner eigenen Vita. Aber grundsätzlich, die Assistenzberufe sind auch eigenständige Berufe. Und Berufung. Ich glaube, du wolltest was ergänzen. Ja, ich will es einfach nur ganz kurz ergänzen, weil ich meine heutzutage, ich will jetzt auch euch da jetzt keine Angst machen. Oh Gott, ich will jetzt nicht... Nein, heute kann sich das natürlich schon verzahnen. Ja, also A ist es wichtig, mal die Erkenntnis zu haben, man lernt nie aus. Ja, das ist das Erste, was ich gelernt habe. Ja, das Schöne an dem Beruf ist, du lernst nicht aus. Und man muss auch sich nicht zu schade sein. Also ich habe, als ich Ende der 80er Jahre Lichtsetzner Kameramann bei RTL war, parallel dazu noch Assistent bei der 35mm-Kammer gemacht. Also man kann das schon auch miteinander koppeln, weil man halt voneinander profitiert. Und man kann auch während einer Ausbildung, die drei Jahre dauert, auch schon als Assistent tätig sein. Ja, das ist alles möglich. Und auch für die Kameraleute, die dann irgendwo meinen, sie sind es dann, was ja alles richtig ist. Es gibt ja da keine Grenze. Also auch die Zertifizierten, meinetwegen, die müssen sich natürlich und sollten sich dann immer auch noch orientieren an Weiterbildungsträgern oder halt irgendwie was tun, Verbände damit einbeziehen. Sonst bleiben wir stehen. Und das ist halt, heutzutage wäre das kürzlich. Und zum Weiterbildungsträger kommen wir jetzt mal, lieber Felix. Du hast jetzt hier drei Experten gehört. Ich glaube, du hast schon so überlegt, wo du die mal in ein Seminar einbauen kannst, das du dann im Frankfurter Filmhaus anbieten kannst. Ich weiß, dir ist es auch wichtig, dass diese Leidenschaft und dieser Funke, von dem Frank gesprochen hat, der überspringen muss, das ist etwas, was dir wichtig ist, auch in diesem Business. Und ich weiß, dass du gesagt hast, du lässt diejenigen, die ins Filmhaus kommen, auch gerne nochmal tatsächlich die analogen Filme bearbeiten und anschauen, weil du der Ansicht bist, nur wenn man das verstanden hat, kann man eben auch in dieser digitalen Welt klarkommen. Jetzt, wie gesagt, hast du drei Experten gehört. Was macht das mit dir zu hören, dass diese Ausbildung wirklich so komplex und so umfangreich ist? Ja, was macht das mit mir? Im Grunde genommen geht es mir wahrscheinlich wie vielen, die in die Branche wollen. Sie brauchen erstmal einen Überblick. Und ich möchte mal kurz quasi zusammenfassen oder ein Portal erwähnen, was diese verschiedenen Berufsbilder, die hier schon genannt wurden, sehr, sehr schön übersichtlich darstellt. Das ist Crew United mit Ich will zum Film. Da sind die verschiedensten Berufsbilder, unter anderem mit eigenen Dokumenten von BVFK und BVK enthalten, sehr, sehr gut vorgestellt. Und das ist zum Beispiel eine Aufgabe, eine Aufgabe des Filmhauses oder dieser freien Einrichtungen, die da auch in NRW zum Beispiel auch noch Filmwerkstatt heißen, auf jeden Fall diese Selbsthilfeinstitutionen, hier den jungen Leuten oder auch den Quereinsteigerinnen einen Überblick zu verschaffen. Das zum einen, ich komme auch gerne gleich noch so ein bisschen darauf, was wir sonst noch machen können. Ich möchte aber noch eine Sache erwähnen, weil ich fand es sehr, sehr schön, dass hier angefangen wurde, wie und wann hat sozusagen welcher Beruf in welchem Bereich angefangen ist. Das ist ein Stichwort vielleicht noch nicht gefallen. Das ist ja auch Urheberschaft mit betroffen. Das heißt, es gibt ja auch gemeinsame Vergütungsregeln, dank dieser Verbände unter anderem. Jos Valkano hat da mitgewirkt. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr entscheidend. Das heißt, bei dem Kameramann, bei der Kamerafrau, bei dieser Position fällt so viel Verantwortung auch noch mit zusammen, eben in künstlerischer und technischer und auch personeller Hinsicht, was ich und vielleicht viele andere auch wirklich mit Ehrfurcht nochmal und Anerkennung sozusagen betrachten. Also das finde ich, ist wirklich wichtig und das finde ich, kann ja auch vielleicht ein Weg sein, die jungen Leute zu motivieren, zu sagen, es ist wirklich zwar viel zu tun, es ist wirklich aus verschiedensten Bereichen sozusagen der Überblick zu behalten in einer Produktion, aber das ist ja das, was vielleicht auch wirklich den Reiz ausmacht. Und da kommen wir vielleicht auch in der Tat als Weiterbildungseinrichtung ins Spiel, denn wir können natürlich als eine Einrichtung, die Seminare anbietet, Workshops, die, ich sage jetzt mal, über ein paar Tage, zumindest Stand jetzt, nicht hinausgehen, was können wir da ausrichten? Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, wir versuchen in der Tat, die Leute, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie zum Filmen möchten, quasi anzufixen und auf etwas aufmerksam zu machen. Das zum einen, aber zum anderen wollen wir natürlich auch bestimmte Felder und Bereiche vertiefen, die in der Tat woanders zu kurz kommen. Das könnte eine Mediengestalterausbildung sein, wo es natürlich auch immer steht und fällt mit dem Betrieb, in dem man das macht, zum einen, oder und eine Universität oder Hochschule, die in der Tat, weil auch da Lehrpläne sozusagen das Pensum vorgeben, vielleicht nicht alles abdecken können. und das vielleicht so zum Schluss auch noch mal so ein bisschen ein Schlagwort in den Ring geworfen, eingebracht, künstliche Intelligenz, was bedeutet das für uns, dass, wenn man sozusagen Text-to-Video im Grunde genommen sich anschaut, auf welchem Stand da die Technik ist, dann muss man sich auch fragen, welche Positionen braucht es, in welcher Form in Zukunft überhaupt noch. Also in anderen Worten, wir haben sehr, sehr viele Herausforderungen gerade und da wirken wir mit und auch nur in Kombination mit sehr, sehr vielen anderen wichtigen Institutionen und Verbänden. Wunderbar, dass du gerade das Wort Hochschulen auch genannt hast. Wir haben auf der einen Seite die duale Ausbildung, wo es sehr darauf ankommt, in welchen individuellen Betrieb, in welcher Produktion der Auszubildende sich befindet. das kann Top oder Flop sein. Die duale Ausbildung, es kommt natürlich der Berufsschule. Ich habe mit einigen Vertretern von Berufsschulen für Mediengestalter in der letzten Zeit gesprochen. Für die fällt es schwer, das auszugleichen, das unterschiedliche Niveau der betrieblichen Ausbildung. Aber Hochschulen, Universitäten, Filmuniversitäten, Ludwigsburg, Potsdam, Babelsberg, DFFB oder HFF in München. Wir müssen aufpassen, dass das Loch dazwischen nicht zu groß wird. Wir bilden auf diesen universitären Ebenen viele, viele Häuptlinge aus und wir haben im unteren Bereich, die Amerikaner sagen dann above or below the line, die wirklich hochqualifizierten Fachleute wie den DIT zum Beispiel. Ob das im Kostümbild ist oder ob das im Lichtbereich ist, wir haben zu wenig Ausbildung, qualifizierte und vor allen Dingen staatliche Ausbildung, die ich nicht privat bezahlen muss, sondern die staatlich finanziert sind und bei deren Besuch ich möglicherweise noch BAföG beziehen kann. Die fehlen, die müssen ganz stark nachwachsen und aufgebaut werden. Ich sage ja, so etwas wie eine staatliche Fachschule seinerzeit ist aufgegangen in einer University of Applied Sciences und hat seine Griffigkeit und die Qualität der Ausbildung verloren. Man sollte es nicht immer so hochhängen mit dem Mediengestalterbild und Ton eine wunderbare Grundgeschichte gelegt, aber wir sehen es, als Berufsverband tatsächlich so, der Assistent, der Materialassistent ist mindestens auf dem Niveau eines ausgebildeten dreijährigen Gesellen anzusiedeln und der DIT ist jemand, der im Status eines Handwerksmeisters zu stehen hat und der Bildgestalter frei davon, der muss sich auch um die künstlerische Sache kümmern. Noch darüber hinaus. So viel. Also ich stimme in wahnsinnig vielen Dingen zu und wollte vorhin auch schon applaudieren. Ja, weil das wirklich super aussagen. Was hinten raus aber trotzdem so ein bisschen das schmälert, ist, dass auch hier wieder, und das ist glaube ich ein Problem, was diese Branche sich selber gemacht hat schon die letzten 20 Jahre, immer wieder der Mediengestalter oder die Mediengestalterin, das wird immer so abgetan und runtergespielt. Das war in den früheren Jahren noch viel extremer. Ja, gerade aus dem Bereich Film, also die Studierten, da war ja der Mediengestalter, ach ja, das war die häufigste Reaktion und das hat sich so in den Köpfen festgesetzt, auch bei uns in unserem Berufsverband, obwohl ja die Fernsehsender diesen Beruf erfunden haben. Die wollten das ja unbedingt. Ja, das hatte natürlich auch ein paar andere Hintergründe, warum es zu diesem Berufsbild gekommen ist. Also die haben ja zum Teil auch selber ausgebildet. Ich habe Kollegen im BVK, die im hessischen Rundfunk ausgebildet wurden, aber da kümmert man sich nicht mehr drum, in den Sendern. Es gibt schon noch Ausbildungen in den Sendern, aber ich sage mal so, diese Zugangswege und diese Begleitung, wie sie damals stattgefunden hat, ja, aber ich denke trotzdem nach wie vor, wir müssen uns mit der Realität, wir müssen uns der Realität stellen und die Realität sieht nun mal so aus, das ist der Ausbildungsberuf und es wird auch der einzige Ausbildungsberuf bleiben. Da wird jetzt nichts Neues mehr passieren. Und die letzte Novellierung hat das ja auch gezeigt, jetzt kann man sich als Mediengestalter so ein bisschen spezialisieren, wobei spezialisieren eigentlich der falsche Begriff ist, man darf sich fokussieren. Es gibt jetzt Wahlqualifikationen, eine große und eine kleine, bei der großen gibt es halt eben vier Stück, Kamera, Studiotechnik, Ton und Postproduktion, das hat man so ein bisschen gemacht, um den armen Film- und Videoeditoren entgegenzukommen, aber man wird eben nicht Mediengestalter Fachrichtung Kamera, was ja eine super Grundlage wäre, um in den Kameraleuteberuf zu gehen, sondern es bleibt eben dabei, Mediengestalter nach wie vor, die eierlegende Wollmilchsau, aber man darf sich jetzt in der Ausbildung ein bisschen intensiver mit dem einen oder mit dem anderen Thema beschäftigen, was etwas ist, was den Betrieben dann auch wieder entgegenkommt. Nicht jeder Betrieb kann ja alles ausbilden und das ist nun mal so das Ding. Auf der anderen Seite haben wir natürlich heutzutage die Möglichkeiten, wir können ja viel besser ausbilden, als wir das noch zu Beginn der Mediengestalter Ausbildung tun konnten. Wir haben jetzt eben nicht mehr die Situation, dass wir alle Mediengestalter mit Elektrotechnik und mit Quadratur-Amplituden- Modulation, also Fachbegriffen aus der PAL-Fernsehtechnik, aus dem alten SD-Material, das müssen die nicht mehr kennen. Wir können mit denen heutzutage durchaus über HD, UHD, 4K, 6K, 8K reden und denen das auch beibringen. und die Demokratisierung der Technik, der Zugang ist ja so viel einfacher geworden. Wenn man überlegt, damals hat eine Kamera 50.000, 60.000 D-Mark gekostet, also eine Kaufkraft, die wir heute vergleichbar in Euro auch haben, heute kriegt man ja schon durchaus gute Kameras für einen Bruchteil des Geldes. Und auch die ganze Peripherie drumherum wird immer günstiger. Das heißt, man kann schon in den drei Jahren Ausbildungen, die Leute viel stärker an Dinge ranführen, viel intensiver, kann viel mehr auch ganzheitlich unterrichten, ganze Produktionen abwickeln und da auch ein bisschen die Berufsschulen entlasten, die eben auch nicht alles können. Denn auch an der Berufsschule haben wir natürlich das Problem, ich merke das ja, weil ich in jedem Prüfungsausschuss, den wir haben, muss ein Berufsschullehrer drin sein und es ist so oft, dass die mir auch sagen, Mensch, eigentlich würde ich auch gerne mal einen Lehrgang bei dir machen, denn es gibt so viele Dinge, die in der Prüfung abgefragt werden, das wissen die selber nicht. Ja. Weil die ja auch nicht rausgehen und nicht produzieren. Da werden Konferenzen gemacht, noch und nöcher, was jetzt die Berufsschullehrer vermitteln müssen, aber ob sie das können, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Frank. Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen und ergänzen. sind denn Mediengestalter im Zuschauerraum oder Leute, die das jetzt lernen gerade? Können wir kurz die Hand heben, wer Mediengestalter ist? Also die, ja, ich kann nur sagen, das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Ausbildung, die da passiert. Nils hat völlig recht, am Anfang dieser Ausbildung wurde das sehr kritisch beäugt, wie ich finde, auch zu Recht, nicht? Die Eier sägen die Wollmischau und da ist jemand, der irgendwie alles kann und da ist, da gibt es irgendwie den Anspruch, in drei Jahren drei Berufe zu lernen. Das wird nicht funktionieren, das funktioniert auch nicht, aber ihr legt die eine super Basis. Also ich komme aus einer Zeit, wo ich als Abteilungsleiter und Chefkammermann bei Sat.1 mit Leuten zu tun hatte, die in den Beruf der Kamerafrauen, Kameramänner wollte, die Praktikanten waren. Das hat auch funktioniert, aber das ist eine ganz andere Qualität. Also heute ist es eigentlich so, dass ihr mir was beibringen müsst. Also ich kann ja, ich bin ja auch involviert in die Prüfung, so eine schriftliche Prüfung, wenige Gestalter, Bild und Ton würde ich nicht bestehen. Ja, überhaupt gar keine Chance. Das ist so ein umfassendes Wissen, was ihr bekommt und das ist so wertvoll und und das gab es vorher nicht. Das ist wirklich ein ganz großer Plus, den wir uns auch zunutze machen müssen. Aber auf der anderen Seite gibt es halt wirklich so diesen Erfahrungs- und Gestaltungsaspekt, wo ich sage, da kann man mir jetzt mit meinen 40 Jahren Berufs auch nicht so viel vorbereiten. Da weiß ich auch, merke ich es auch in meinen Kursen, die ich gebe, da ist auch Fachwissen gefragt. Aber die Basis stimmt und die Richtung stimmt auch. Und ich glaube, der Fehler, der auch gemacht wurde in den früheren Zeiten, dass es halt viele Bildungsträger gab, ich will sie jetzt nicht nennen, die gibt es ja zum Teil auch gar nicht mehr, du kennst sie ganz genau, die dann im Grunde genommen auch den jungen Leuten suggeriert haben, ihr könnt jetzt in drei Leuten euch aussuchen, werdet ihr jetzt Editoren oder werdet ihr Kameraleute oder werdet ihr Tontechniker und könnt das dann auch schon. Und das ist natürlich in die Hose gegangen. Ich muss mal was Kritisches anmerken, also ich habe jetzt sehr aufmerksam bei allen zugehört und habe gehört, dass das eine sehr gehaltvolle, sehr intensive Ausbildung ist, dass man Möglichkeiten hat, dass es natürlich lange dauert. Ich bin so ein bisschen still geworden, denn ich kenne tatsächlich einige, die die Ausbildung Mediengestalter Bild und Ton hinter sich haben. Und ich muss sagen, dass ich da teilweise die Erfahrung gemacht habe, dass die wenig wissen. Also, dass man dann neben einem Mediengestalter Bild und Ton sitzt und möglicherweise einen kleinen Teaser, was Kleines zusammenschneiden möchte und die können das nicht. Ja, aber das zeigt ja, dass es ein schwieriger Beruf ist. Es ist, ja, aber... Ich kann unheimlich viel, ich kann so eine schriftliche Prüfung machen, ich habe vielleicht auch die Möglichkeit, auch ein bisschen selbst was zu machen, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich irgendwo bei mir zu Hause mein Filmchen mache oder halt, was ich vorhin gesagt habe, das mache, was ich halt auch gerne machen möchte, oder ob ich unter Zeitdruck mit einer Zielsetzung, mit einem Regisseur, der schwierig ist, mit dem man sich unterhalten muss, mit einem Team, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wirklich etwas Professionelles hinkriege. Wenn du dich aber dafür entscheidest, das zu machen, gehe ich dann in dem Fall als Redakteurin oder Regisseurin hin und gehe davon aus, der Mediengestalter Bild und Ton weiß, was er tut. Ich habe es aber oft erlebt, dass er das nicht weiß. Und dann gibt es gut. Ich würde da gerne an Jörg anschließen, weil Jörg hat genau das gesagt, es fehlt diese Stufe dazwischen. Die von dir angesprochene S-Fov stand bei mir auch auf der Liste. Ich habe nämlich genau diesen Weg gemacht. Ich bin über ein Praktikum in den Beruf gekommen. Es gab schlicht und ergreifend nichts anderes. Abi habe ich nicht gemacht. Ich hatte keinen Bock mehr auf Schule und die S-Fov wäre der perfekte Weg gewesen. Leider, als ich das dann irgendwann entdeckt habe, gab es sie nicht mehr. Oder es war gerade im Begriff zu schließen. Aber nochmal zurück. Die Mediengestalter kann man sozusagen wie eine Grundausbildung betrachten. Die können danach sehr, sehr viel. Natürlich ist immer das Problem dabei, alles ein bisschen, aber nichts ist richtig. Woher soll es auch kommen? Wir haben teilweise ja Prüflinge, die müssen einen Abschlussfilm drehen. Der ist nur vier Minuten lang, oder fünf maximal. Die müssen eine Nachdokumentation dazu mit einreichen. Und ich glaube, in jeder zweiten, spätestens in jeder dritten Nachdokumentation steht, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, zum ersten Mal in meiner Ausbildung einen Film von Anfang bis Ende komplett eigenständig herzustellen. Da sind wir bei dem, was du auch gerade meintest. Es hängt natürlich auch vom Ausbildungsbetrieb ab. Ich sage mal, bei uns in Berlin, die Azubis vom RBB, die haben natürlich beste Voraussetzungen. Die haben schon ein paar Beiträge komplett von vorne bis hinten produziert. Aber es gibt eben andere Betriebe aus dem Bereich Ü-Wagenproduktion zum Beispiel. Da steht der junge Mensch da und sagt, ich bin Bildingenieur. Und ich sage, ach super, dann kannst du ja hier die Bildtechnikaufgabe machen, Kameras matchen und sowas. Und dann sagen, nein, nein, sowas kann ich nicht. Ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich baue die Kameras auf. Also ich stelle das Stativ hin und die Kamera drauf. Und ich sage, das ist drei Jahre Ausbildung gewesen. Und da gucken die mich an. Ja, da fehlt der nächste Schritt. Und jetzt kommt aber der nächste Punkt. Jetzt hat man drei Jahre Ausbildung hinter sich und wir kennen ja alle das Dilemma, dass die Azubis immer wieder darüber klagen, dass sie ja eigentlich zu wenig Geld verdienen. Kann ich auch nachvollziehen. Jetzt hat man schon drei Jahre wenig Geld verdient. Jetzt versucht man in den Beruf reinzukommen. Es ist schwer reinzukommen. Es ist auch schwer, ordentliche Tagessätze einzurufen, aufzurufen, von dem man jetzt leben kann. Und jetzt, wie komme ich denn jetzt weiter? Ja, man kann Meister machen, aber der Meister, der bringt mich ja technisch nicht weiter. Die Meisterschule soll mich ja eigentlich auf Unternehmensgründung, Selbstständiges, Dasein oder Führungspositionen im Betrieb. Ich habe jetzt 30 Leute unter mir vorbereiten. Da gibt es dann ja eigentlich nur noch das Filmhaus, auch noch zwei, drei andere. Aber das kostet ja auch Geld. Und da wäre halt auch meine Frage, ob man sich nicht mal Gedanken machen kann, wenn jetzt alle an einem Strang ziehen, dass man halt sagt, naja, da könnten wir so ein Zwischenangebot machen. Es gibt von der Produzentenallianz das PAIK-Programm. Es gibt natürlich auch Weiterbildungen, die sogar einen IHK-Abschluss tragen, wobei das ist auch ein bisschen Augenwischerei. Aber man kann jetzt Fiction Producer werden, man kann Aufnahmeleiter werden in so einjährigen Lehrgängen. Aber wie gesagt, das kostet alles Geld und eine Garantie, dass ich dann wirklich auch da reinkomme oder dass ich sozusagen einen qualifizierten Abschluss habe. Nun, wenn ich eine Mediengestalterausbildung mache, dann habe ich einen Gesellenbrief, Facharbeiterbrief. Ich habe einen Abschluss. Wenn ich einen Meister mache, habe ich das auch. Wenn ich einen Bachelor- oder Masterstudiengang studiere, habe ich auch Abschlüsse. Aber das alles, was dazwischen ist, das ist noch sehr diffus. Und wir müssen uns ja eigentlich gemeinsam dafür einsetzen, dass die Sozialpartner dann auch mal anfangen, darüber nachzudenken, könnte man da etwas schaffen. Es ist ja eigentlich im Bildungssystem gar nicht vorgesehen, dass es noch irgendwie Zwischenstufen gibt. Aber vielleicht könnten wir gemeinsam einen Branchenstandard schaffen, der auch dann zum Beispiel BAföG förderfähig ist. Aufstiegs-BAföG. Das wird ein harter Weg. Aber das wäre doch was. Felix hat dazu, glaube ich, auch Input, ne? Ja, also zunächst einmal möchte ich sagen, ich möchte das sehr bestätigen, dass der Mediengestalter, die Mediengestalterausbildung, eine Grundausbildung ist. Und das ist auch das Gute dran. Also das muss man wirklich hervorheben. Da wird Allgemeinwissen für die Medienbranche sozusagen vermittelt und das sollte auch so weiter bleiben. Also das finde ich sehr, sehr gut. Aber es ist in der Tat so, wie ich ja vorhin gesagt habe, es steht und fällt ein bisschen mit dem Betrieb, wenn man das macht. Insofern finde ich es sehr, sehr toll, dass du auch sagst, du holst dir mal einen Experten, eine Expertin sozusagen mit ins Boot und lässt die auch sozusagen ihr Fachwissen weitergeben. Das machen wir übrigens beim Filmhaus eigentlich in der Regel so. Das ist ganz wichtig, dass das Leute aus der Praxis sind. Aber was natürlich vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommt oder jetzt noch gar nicht gesagt wurde, es hängt sehr stark auch von der oder die Auszubildende ab. Das heißt, die intrinsische Motivation, die hier auch schon ab und an auf dem Podium sozusagen zur Sprache kam, die ist unfassbar wichtig. Man muss auch irgendwo hin wollen. Das heißt, ihr drei, sage ich jetzt mal, ihr habt es geschafft, sozusagen ihr seid weit gekommen, auch weil ihr es wolltet. So unterstelle ich euch das jetzt dann einfach mal und das muss man natürlich auch von den Auszubildenden immer auch irgendwo verlangen. Ich möchte jetzt mal kurz noch so schildern, was noch allgemeine Ausbildungen sind. Das ist neben der Mediengestalterausbildung unter anderem manchmal auch ein Theater, Film und Medienwissenschaftsstudium. Das kann auch eine gute Grundlage sein. Ich habe Produktionsleute, die ich kenne hier in Hessen, die das sozusagen als erstes gemacht haben. Es ist auch so, dass wir keine klassische Filmhochschule hier in Hessen haben, dafür aber sehr, sehr gute Medienhochschulen oder Medienuniversitäten, zum Beispiel die Hochschule Darmstadt, da ist es eben auch so. Da muss man vielleicht dann einfach noch mal ein bisschen was draufsetzen. In anderen Worten, man muss das schon auch irgendwo so ein bisschen in Kauf nehmen, da noch mal irgendwie eine zweite Runde zu drehen, um auf, ich sage jetzt mal, diese sechs, acht Jahre zu kommen oder zehn, von denen ihr sprach. Und da möchte ich gerne mal kurz ein Fallschild von einer jungen Kamerafrau aus der Hochschule Darmstadt, die sagt, das langt ihr noch nicht, jetzt hat sie sich bei Konrad Wolf beworben. Schaut mal, ob das in diesem Jahr klappt. Ich möchte aber nur sagen, die Auswahl ist da gar nicht so einfach. In der Tat, es sind entweder freie Bildungsträger, die entweder eine Stange Geld kosten, das man nicht hat oder aber man muss sich zum Beispiel bei Konrad Wolf oder HFF oder Hamburg Media School bewerben und dann gibt es aber nur eine Handvoll Plätze. Das ist wirklich das Problem. Keine Garantie, dass ich das Wissen dann auch wirklich kriegen kann. Insofern auch, das übrigens muss man sich überhaupt nicht merken, das steht alles in der Tat bei der Produzentenallianz, bei dieser Pike Career Guide Publikation, die sehr zu empfehlen ist. Insofern, das möchte ich noch mal so mit auf den Weg geben. Es kann sozusagen irgendwie aufeinander gebaut, bausteinmäßig sozusagen sich kumulieren. Und was man dazwischen oder daneben machen kann, weil das auch mir rückgemeldet wurde, ist, es fehlt nicht nur die Erfahrung per se, sondern es fehlt die kontinuierliche Praxis, um diese Erfahrung zu sammeln. Das heißt, selbst an einer Filmuniversität ist es so, dass zwischen den Projekten zum Teil so viel Zeit ist, dass man von einem zum nächsten Projekt das schon gar nicht mehr im Kopf hat. Das ist tatsächlich auch ein Problem. Und was da zumindest, das gilt jetzt an alle hessischen Zuhörerinnen hier, sozusagen vielleicht abhelfen kann, ist tatsächlich das Förderprogramm Hessen Step, der hessischen Filmförderung, das sogenannte Branchenqualifizierungen vermittelt. Da ist wichtig, dass die Produktionsfirma, das Produktionsunternehmen tätig wird, eine bestimmte Praktikantin oder Praktikantin sozusagen vor Augen hat, für die Fördergelder akquiriert, die bis zu sechs Monate einen Mindestlohn fördern, um diese Person in ein Projekt oder in Unternehmen zu führen. Und das weiß ich auch, dass das unter anderem im Kamerabereich passiert. Und das ist zum Beispiel zugegeben, jetzt in dem Fall nur für die hessischen Zuhörerinnen und Zuhörer, aber das ist auf jeden Fall ein Projekt, was sehr zu unterstützen ist. Das ist jetzt zwar noch nicht das, was du gerade angesprochen hast mit einem Qualitätsmanagement, wo könnten wir das irgendwie sicherstellen, dass das dann auch wirklich Hand und Fuß hat. Aber es ist auf jeden Fall ein Weg zu dieser praktischen Erfahrung, die so unfassbar wichtig ist. Also die praktische Erfahrung ist unabdingbar und sie wird auch zeitlebens immer wieder neu gebraucht, weil die Dinge sich ändern, die Techniken sich ändern. Die Grundlagen komplett wirklich durchdrungen zu haben, ist die Voraussetzung, um die geänderte Technik dann adaptieren zu können für sich selbst. Ich will noch erwähnen unsere Nachbarstadt Offenbach, die Hochschule für Gestaltung, dann außerhalb von Hessen drüben Mainz. Hier steht bei Sigma jemand, der Dozent ist an der Hochschule in Mainz. Ein lieber Kollege. Und es geht auch manchmal, erstaunlich oft dann doch, indem man sich reinarbeitet. Aber ich möchte dazu, deswegen habe ich mich nochmal gemeldet, sagen, eine qualifizierte Ausbildung, ein qualifizierter Berufsabschluss ist wirklich auch in dem Moment nötig, wenn die Filmbranche die Flaute hat, wenn nicht gedreht wird, wenn ich zum Arbeitsamt gehen muss. Wenn ich dorthin komme und ich habe keinen qualifizierten Abschluss, dann bin ich ungelernter und bin verweisbar auf alle möglichen Tätigkeiten, die ich statt meines Wunschberufs ausüben soll, weil Arbeitslosengeld bekomme ich dann nicht. Wenn ich das mal zusammenfassen darf. Ich habe so das Gefühl, es gibt genügend gute Ausbildungsstätten. Es gibt genügend gute Wege, die man gehen kann. Es hapert einmal an den Finanzierungen. Es hapert einmal daran, dass es, also Ausbildungsstätten gibt es, aber nicht genug Plätze. Also es geht, glaube ich, darum, das hattest du gesagt, es sind dann immer zu wenig Plätze da. Der Mittelbau, der Mittelbau fehlt vor allen Dingen. Ich wollte jetzt gerade mal nach Lösungswegen fragen. Also wie gesagt, für mein Verständnis, es gibt genügend Wege, die man gehen kann. Es gibt aber nicht genügend Plätze. Es fehlt die Praxis zwischendurch, um das Erlernte eben weiter vertiefen zu können. Und es fehlt eine Finanzierung. Aber jetzt dürft ihr gerne mal, Frank, du kannst loslegen. Wir haben halt einen ganz wichtigen Bereich jetzt gar nicht angesprochen, der jetzt nur die Fernsehkamera-Leute betrifft, wo wir mittlerweile auch wirklich ein Problem haben. Und das ist jetzt die Qualifikation für Studio- oder E-Kamera. Also da hat es eine Entwicklung gegeben, die ich auch absolut nachvollziehen kann, dass halt jetzt in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre sich bestimmte Grüppchen gebildet haben, auch durch die Solo-Selbstständigkeit und die Gesetzgebung, die das auch ermöglicht hatte. Und im Grunde genommen die Zirkel sich allerdings sehr abgeschlossen haben, weil die Leute halt auch Angst haben, da kommt jetzt vielleicht jemand, der meinen Job macht und dann das vielleicht dann billiger macht als ich selber. Und dieser Punkt Fachkräftemangel, weil die EB-Leute sind ja durch die Mediengestalter eigentlich, Sie haben es ja gesagt, eigentlich fast optimal abgedeckt. Da muss man halt nur so an bestimmten Stellschrauben drehen. Aber hier haben wir wirklich ein Problem, wo ich sagen kann, ich kenne Dispositionen von Fernsehshows, da gibt es keinen Kameramensch unter 58. Nicht hier? Das ist Fakt. Und noch würde ich sagen, kann man das hinnehmen, aber wir wollen ja auch als Berufsverband auch die Qualität ein bisschen sichern. Und die Studiokamera-Leute in deutschen Produktionshäusern haben einen sehr, sehr guten Ruf. Also nicht umsonst sind jetzt auch 50% bei Fußball, internationalen Fußballturnieren oder was, wie Weltmeisterschaft oder so, kommen 50% aus Deutschland, weil die haben halt auch einen guten Ruf. Die sind total gute Leute, aber die sind halt zu alt. Und wir haben angeregt, also auch in unseren Arbeitsgruppen, die Nils schon angesprochen hatte, dass auch die Produzenten mal überlegen sollten, so eine vergleichbar wird, den Kameraassistenten, Kameraassistent bei EB, auch ein Studiokameraassistent, Kameraassistentin einzuführen. Also jemand, der das dann halt auch lernt, weil man kann Kurse anbieten, noch und Löcher. Das ist halt gerade bei einer Studiokamera was völlig anderes. Da muss man wirklich die Erfahrung haben. Man muss es einfach auch selbst machen, ein bisschen ins kalte Wasser springen, jemand an der Seite haben, der einem auch sagt, wie es geht. Ja, vielleicht Zeitfenster haben, wie in einer Werbepause oder wie bei einem Beitrag, wo man sagt, probier mal jetzt ein bisschen, richte mal das nächste Bild ein und das fehlt alles. Das fehlt alles komplett und das kann weder ein Berufsverband regeln, noch kann das ein Bildungsbetrieb regeln. Man kann das in der Ausbildung schreiben, aber das wird am Ende nichts bringen, sondern das kann aus meiner Sicht nur ein Produktionshaus selbst machen, wenn man sagt, ich schaffe Planstellen. Die sogenannten Trainees gab es dann irgendwann mal, wo man das lernen kann und das ist total wichtig. Ich glaube, da wird viel wegrationalisiert, weil es kostet ja dann auch wieder Geld. Also du musst dir den Assistenten auch wieder bezahlen. Also das ist ja irgendwie, da weist sich die Katze in den Schwanz. Das ist ja genau das Dilemma. Mit dem Fachkräftemangel verhält es sich ja auch meiner Meinung nach so, dass wir haben nicht den Mangel an Menschen, sondern wir haben den Mangel, dass die Menschen die Möglichkeit bekommen, das Fachwissen zu erlangen. Und da geht es eben genau um dieses Mittelbau-Fachwissen. Wo und wie soll ich denn jetzt lernen? Studio-E-Kamera-Leute nennen die sich selber. Wie soll ich das werden? Und was ich immer so ein bisschen skeptisch beobachte, wenn ich dann wieder von einer neuen Initiative höre und das war, als ich das von der Pike gelesen habe, genauso. Das sind immer so Insellösungen. Dann gibt es hier was, dann gibt es da was. Jetzt haben wir das hessische Modell gerade gehört mit der Förderung. Ja, Förderalismus ist ein anderes Thema. Aber das ist glaube ich auch genau das Problem. Das gliedert sich so auf, zerfasert sich dadurch und dann passiert hier was, was mit dem anderen ein bisschen ähnlich ist, aber nicht ganz. Und am Ende habe ich vielleicht irgendwas gemacht, habe ein bisschen was gelernt, aber keiner nimmt es auch so richtig ernst. Und die Branche als Ganzes, die ja eben nicht vor dem Dilemma unbedingt steht, wir gucken jetzt nur nach Hessen oder wir gucken nur nach Berlin oder Potsdam oder sonst wo hin. Die haben vielleicht mal da irgendwo gehört von, aber es fehlt sozusagen diese gemeinsame Verbindung. Und das, was diese staatliche Fachhochschule für Optik und Foto damals gemacht hat, war eigentlich super, weil da gab es genau die staatlich anerkannt. Das war ein Ding, jeder wusste, was da hinten rauskommt. Und ich glaube, so etwas bräuchten wir eigentlich auch. Das bräuchten wir wieder in verschiedenen Bereichen. Ob das jetzt unbedingt die eine Schule ist, weiß ich nicht. Aber dass man, sagen wir mal, ein Modell hat, wo eben dann auch ein Weiterbilder genauso ein Angebot schaffen kann. Aber das erreichen wir nur gemeinsam. Also da müssen wirklich die Verbände gemeinsam mit den entsprechenden Sozialpartnern sich zusammensetzen, mit den Gewerkschaften. Du vertrittst ja hier quasi beides. Und dann muss man eben als eine gemeinsame Stimme sich dann auch an die staatlichen Stellen wenden. Man muss gucken, dass die Produzentenallianz, dass die Sender da mit reingehen. Man muss gucken, dass man mit dem DIHK, das ist also der Dachverband aller Industrie- und Handelskammern. Und eigentlich sind wir da wieder an dem Punkt, was ist Verbandsarbeit? Und Verbandsarbeit heißt, man muss leider auch in Berlin sitzen und muss dort den Abgeordneten tatsächlich die Türen immer wieder einklopfen und eintreten und mit denen reden, um denen klarzumachen, da gibt es ein Dilemma. Das wissen die auch selber. Und wir haben aber auch Lösungen. Und zwar gemeinsam erarbeitete Lösungen. Und nicht hier eine Insel, da eine Insel, dort eine Insel. Jetzt hat Felix, du hast ja Hessen vorgestellt, hast gesagt, da ist ja schon einiges. Möglicherweise könnte man Hessen und auch das Filmhaus so ein bisschen als Vorreiter bezeichnen. Das ist sehr schön. Vielen Dank, Anke. Nein, wir sind in der Tat ja eine kleine Einrichtung. Das muss man einfach dazu sagen. Aber ich möchte mal ganz kurz sagen, in der Tat konstruktive Lösungsansätze, zumindest was wir tun können. Diese Qualitätssicherung, vor allem auch bundesweit, da sind wir ein kleiner Fisch. Das ist einfach so. Aber wir wirken auf jeden Fall im großen Teich mit. Wir schwimmen mit. Und das ist sehr, sehr aktiv. Insofern, dass meine oder unsere Aufgabe zum Beispiel auch ist, hier in Frankfurt, in Hessen, die Mediengestalter-Ausbildung weiterhin, weil ich auch an die glaube, an diese Grundausbildung sozusagen zu propagieren, bekannter zu machen und dieses Matchmaking zwischen Auszubildenden, Betrieben und den Nachwuchskräften wirklich da nochmal zu intensivieren. Und das andere ist in der Tat das, was übrigens auch diese Kamerastudentin aus Darmstadt gesagt hat. Ja, was brauchst du denn noch? Was braucht ihr denn noch, um sozusagen euer Fachwissen zu erlangen? Sie sagte dann auch, ja Masterclasses und Workshops. Ja. Und bei Workshops kommen wir in der Tat ins Spiel und es ist so, wir arbeiten unter anderem schon mit dem BVFK zusammen. Jörg, übrigens zwei Filmhaus-Mitglieder hier auf dem Podium, das darf nicht unter den Tisch fallen, bitteschön, ein langjähriges und ein frisch gebackenes. Sozusagen haben hier auch schon sozusagen ihre Dienste in den, sozusagen zum Besten gegeben für den Verein. Und das ist natürlich so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein, gebe ich zu. Aber vielleicht kann es genau manchmal passgenau wirken. Und dadurch, damit es passgenau wirkt, biete ich immer allen, und die müssen dann in der Tat nicht unbedingt aus Hessen kommen, weil wir sind ja Anlaufstelle mitten in Deutschland, sozusagen für alle anderen Bundesländer auch, das was gebraucht wird. Also man darf uns auch ansprechen als eine solche freie Weiterbildungsanrichtung und uns Vorschläge machen und uns sagen, das brauchen wir. Wenn das zum Beispiel Azubis aus einem bestimmten Betrieb sind, das sind ja manchmal vielleicht zwei oder drei, dann hat man schon mal drei in einem Boot, kann man sagen, ja klar, irgendwie, was weiß ich, wenn das dann ungefähr sechs sind, dann lohnt sich das Ganze schon. Wir, ja, kosten auch Geld, dass es richtig ist, ist aber dazu zu sagen, dass wir auch institutionell gefördert werden von der Stadt Frankfurt. Danke auch an dieser Stelle. Das heißt, wir können das günstiger machen. Bei uns ist das Ziel, bei mir ist das Ziel die schwarze Null. Insofern, wenn man das erreicht, dann sind wir alle glücklich. Und ich bin auch in der Tat so, ich möchte es auch für eine Minderheit anbieten. Das heißt, wir möchten nicht die wenigen, die zu uns kommen, die etwas von uns brauchen, dafür bestrafen, dass andere nicht kommen. Also in anderen Worten, da kann man uns wirklich ansprechen, auf uns zukommen. Das gilt für alle hier im Publikum. Es gilt aber auch in der Tat für Hersteller oder Vertriebe, also von technischen Firmen, weil gerade wenn es an diese technischen Bereiche geht, sind unsere Mittel sprichwörtlich begrenzt. Also wir müssen auch für einen Workshop, der etwas Bestimmtes vorstellen soll, zum Beispiel State of the Art, was unter anderem auch an den Hochschulen dann zum Beispiel nicht verfügbar wäre, dann brauchen wir auch die Unterstützung von diesen Betrieben und Institutionen, uns sozusagen hier mit diesem Equipment auszuhelfen. Temporär versteht sich aber, das kann eine wunderschöne Kooperation sein, die genau das dann ergänzt, was an einer Hochschule zum Beispiel hinten runterfällt. Insofern, wir sind offen dafür, dass man uns anspricht. Ich glaube, es ist so, wie es halt einfach immer ist. Gemeinsam kann man vieles erreichen. Die Verbände sollten noch enger zusammenrücken, noch mehr zusammenarbeiten. Bevor ich meine Abschlussfrage an euch alle stelle, schaue ich erstmal ins Publikum, ob es ihrerseits noch irgendwelche Fragen oder Anregungen gibt. Das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Dann habe ich noch eine Frage an euch, die ich mir gerade gestellt habe. Du hast gesagt, Frank, die Studiokameraleute, die sind in der Regel 58 plus. Das heißt, es fehlt so ein bisschen an Nachwuchs. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wie groß ist denn das Interesse tatsächlich? Also wie viel Azubis gibt es? Könnt ihr da vielleicht möglicherweise das irgendwie absehen, wie sich das auch verändert hat in den letzten Jahren, die wirklich in diese Medienbranche erstmal grundsätzlich einsteigen wollen? Ich glaube, das sind noch relativ viele. Aber die dann wirklich auch sagen, ich möchte ein, wie du es vorhin so schön gesagt hast, Kameramensch werden. Ich möchte diese Leidenschaft, diesen Funken überspringen lassen. Könnt ihr das irgendwie einschätzen? Wie viel Interesse gibt es da bei den jungen Nachwuchskameramenschen? Also es gibt tatsächlich ganz konkrete Zahlen. Die Industrie- und Handelskammern führen ja Statistiken unter anderem zum Beispiel über die Zahl der neu abgeschlossenen Berufsausbildungsverträge. Und das ist eine Zahl, die liegt im Moment bundesweit um die 700, 750 Euro. Tendenz aktuell auch leicht steigend, weil eben das Berufsbild ja jetzt gerade aktualisiert und modernisiert wurde. Und das ist immer wieder, wenn Beruf neu aufgelegt wird oder verändert wird, dann gibt es immer erstmal einen Push. Irgendwann wird das auch wieder runtergehen. Aber das heißt, wir haben da schon mal die 700, 750. Dann gibt es ja bundesweit auch noch so eine Handvoll Bildungseinrichtungen, die das auch noch ausbilden kämen, nochmal 50 dazu. Das heißt, nur aus dieser technischen Basis haben wir ungefähr 800 junge Menschen jedes Jahr. Die jedes Jahr dazukommen. Und jetzt kann man so erste, aber ganz zarte Tendenzen erkennen, weil nämlich die Mediengestalter in der praktischen Abschlussprüfung in einem dieser vier Schwerpunkte, den sie sich selbst ausgesucht haben, geprüft werden. Das ist schon ein bisschen ein Vorteil für sie. Und da stellt man fest, dass der, obwohl der Ausbildungsberuf des Film- und Videoeditors jetzt nicht mehr existiert, aber fast die Hälfte aller Azubis Postproduktion wählen. Und dann sind es noch so, also sagen wir, es sind 45 Prozent Postproduktion, es sind 40 Prozent Kamera und die restlichen 5 Prozent verteilen sich auf Ton- und Studioproduktion. Also nicht ganz die Hälfte aller Azubis wollen in Richtung Kamera gehen. Zumindest dieser Statistik nach. Die sind aber wahrscheinlich jetzt noch in einem Stadium, wo sie noch Assistenzjahre brauchen etc. pp. Also bis die wirklich als Kameramenschen arbeiten können, dauert es noch einen Moment. Ich meine, schau dich hier um, hier laufen so viele junge Leute rum, die so ein Ding vor sich her tragen, wo eine Kamera drauf ist. Ja. Der Gimbal. Ja. Und das ist ja im Moment auch so der Archetypus für die jungen Menschen. Ich habe da eine Kamera, die ist auch nicht so groß und nicht so schwer, macht aber Kino-Look und haben das eben auf dem Gimbal, weil das gehört dazu und das sieht ja dann auch geil aus, die smoothen Fahrten. Und das ist das, was man ganz häufig findet. Die werden dann, nennen sich dann gerne Videograf, Videographer. EJ. Wer ein bisschen mehr Ego hat, nennt sich dann auch gleich Diopi. Und das ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn die Leute da reingehen. Ich würde mir wünschen, und das ist mein Schlusswort für mich, glaube ich, ich würde mir wünschen, dass sie einfach mehr verstehen, dass es ihnen hilft, wenn sie sich ein bisschen zurücknehmen und wenn sie anfangen, sich dann doch ein bisschen damit mehr auseinander zu setzen. Was macht denn mein Sensor in der Kamera wirklich? Kurze Anekdote zum Schluss. Vor einigen Jahren war es in der Mediengestalterprüfung immer so, dass die Azubis vor der Kamera standen und sagten, oh mein Gott, oh mein Gott, das kann ich nicht. Ich habe mit dieser Kamera noch nie gearbeitet. Wir alle hier wissen, dass die Kamera ein Werkzeug ist. Und dass die Grundfunktionen an jeder Kamera immer gleich sind. Wenn ich die verstanden habe, und das ist das, was Frank eben auch gerade sagte, wenn ich das verstanden habe, kann ich mit jeder Kamera arbeiten. Danke dir, Nils. Frank. Das erinnert mich an meine Ausbildungszeit, was Nils gerade gesagt hat. Also ich habe Fotograf gelernt und hatte immer von zu Hause auch ein sehr schmales Budget und alle meine Kommilitonen hatten irgendwie die neuesten Spiegelreflexkameras von Olympus und Minolta damals. Und ich hatte so eine kleine Aquamatik. Und mein Fotografen aus Bildern hat immer gesagt, der Fotograf macht die Bilder, nicht der Fotograf. So ist es. Das ist mir gerade eingefallen, als Nils das gesagt hatte. Nein, also es ist in der Tat so. Also jetzt muss ich auch ganz sagen, ganz klar als Verband. Und ich habe es ja vorhin auch gesagt, wir verstehen uns ja als Gestalter, als kreative Menschen, als Künstler. Das wäre ja jetzt irgendwo auch ein bisschen paradox, wenn wir jetzt sagen sollen, ihr müsst das so oder so machen. Nein, das ist richtig, wie Nils das sagt. Das ist jetzt, das entwickelt sich mit der Zeit und die Berufsbilder verändern sich auch. Die müssen sich auch verändern. Die Technik verändert sich. Aber das Schöne ist aber auch, es ist ja immer so ein Spannungsfeld zwischen Kontinuität und Wandel. Also so grundsätzlich sind wir ja auch nicht mehr so weit, auch noch nah dran an den Brüdern Lumière von den Jörg gesagt haben, weil Bildgestaltung verändert sich jetzt an sich auch nicht. Und es gibt halt diese Dinge, wie nehme ich etwas wahr und sich damit zu beschäftigen, das bleibt. Man nimmt es zwar anders wahr als vor 50 Jahren, aber die Theorie, sich damit zu beschäftigen, die bleibt. Und da können wir einiges tun. Und es ist ja im Grunde genommen nicht, dass wir jetzt sagen, ihr müsst das so und so machen, sondern ich möchte eigentlich eher dahin gehen, dass die jungen Leute kommen und sagen, ich komme hier an meine Grenzen und zeige mir mal, wie es geht. Oder vielleicht von Erfahrung zu profitieren. Und das läuft ja auch. Also das ist ja jetzt auch nicht so, dass das nicht funktioniert. Es gibt auch noch einen Mehrbedarf an Bildern und es gibt auch immer wieder einen Mehrbedarf an gehaltvollen Bildern. Und so die Tendenz, die es dann vielleicht mal so Anfang der 2000er-Jahre gab, wo dann irgendwie alles, jetzt sehen wir mit DV-Format irgendwelche Nachrichten und was weiß ich. Und jeder kann das und macht das. Das ist ja spätestens seit den Einzollformaten und des Einzugs der digitalen Cinematographie ist das ja wieder vom Tisch. Das ist ja heute wieder komplizierter, zum Glück Kameras zu bedienen. Ja, also man muss es ja wieder irgendwie neu lernen. Und insofern wird sich das immer ändern. Und wir haben das am Dienstag gesehen, was ist dann, wenn irgendwann mal künstliche Intelligenz kommt oder so. Nein, das muss ein Fluss bleiben. Aber wichtig ist, wir gestalten die Bilder. Und Bildgestaltung heißt halt, bewusstes zu machen. Michi Ideen geben darf, hat das heute Mittag so schön erzählt. Also eine Geschichte im Kopf haben. Und vom Ende aus denken und ein Bild zu entwickeln. Und das wird sich nicht ändern. Das stimmt. Danke dir, Frank. Jörg. Also, mein lieber Kollege, Ausbildungskollege, auch damals auf der FOF in Berlin und danach noch ein Politologiestudium draufgesetzt und sich mit Volkswirtschaft auseinandergesetzt, geht jetzt in diesem Monat in den Ruhestand als Geschäftsführer unseres Berufsverbandes Kinematographie. Und er ist manchmal recht sarkastisch. Und ich zitiere ihn aus einer häufig vorkommenden Situation bei uns im Büro. Besorgte Eltern rufen an und fragen, wie kann ich meinem Sohn, meiner Tochter was Gutes tun? Die wollen Kameramensch werden. Und Michael sagt dann häufig, wollen Sie ihm was Gutes tun oder Ihrer Tochter was Gutes tun? Wirklich? Aus tiefem Herzen wollen Sie es wissen? Reden Sie es ihm oder ihr aus. Es ist wirklich ein Beruf, in dem man nicht zwangsläufig erfolgreich wird. Es ist eine hohe Hürde im Gegensatz, also einzeln. Man muss wirklich hochkommunikativ sein, man muss vielseitig sein, man muss auch die richtigen Fragen stellen, man muss auch zu den richtigen Leuten gehen und eine Grundausbildung hilft. Filmhäuser, wie hier das Frankfurter Filmhaus, können bestimmte Sachen zusätzlich anbieten. Man kann das auch für sich dann erfahren. Wie du eben sagtest, dann weiß man eher, wie die Branche aussieht und was einem wirklich Spaß macht. Aber die Filmuniversitäten spucken heute Jahr um Jahr Gespanne aus Regie und Kamera, Regiestudenten und Kamerastudenten in so hohem Maße aus, dass für alle definitiv ganz oben kein Platz da ist. Aber ich will trotzdem niemanden entmutigen, seinen Traum zu verfolgen. Ich glaube, es ist einfach die Leidenschaft, die auch zählt, das machen zu wollen. Und ich glaube, dann ist man auch genau an der richtigen Stelle. Danke, Jörg. Zum Glück gibt es ja noch ganz viele andere Bereiche neben Spielfilm und Serie. Felix. Ja, sehr, sehr spannende Schlussworte. Ich erlaube mir jetzt an der Stelle vielleicht einfach auch nochmal zu sagen, also das Interesse muss in der Tat da sein bei den jungen Leuten. Ich kann zwar keine Zahlen nennen, aber ich weiß, dass sie da sind und dass es sie auch übermorgen noch geben wird. Das zum einen, aber es ist auch richtig, was du sagtest, natürlich Nils oder auch Frank. Die Qualität ist auch entscheidend. Sehr spannend, was du jetzt nochmal gesagt hast, Jörg. Es ist natürlich auch etwas realitätsnäher vielleicht zum Teil. Man muss es auch sagen, man darf es aber auch kritisch betrachten. Ich habe ja vorhin auf das Berufsbild, was vom BVK auf Crew United auch unter anderem geteilt wird, über den Kameramann, die Kamerafrau erwähnt. Da ist ein Passus drin. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das von Jost Vakano verfasst. Da steht etwas von Selbstausbeutung und Nichtvereinbarkeit von Familie und Beruf drin. Das müssen wir schon alle zusammen ändern. Und insofern darf man das als konstruktive Kritik jetzt mal mitnehmen, was du jetzt noch gesagt hast. Insofern also bitte nicht abschrecken lassen. Es gibt da Berufe da draußen, die sind sexy, die sind attraktiv, die sind spannend und das ein ganzes Leben lang. So, und jetzt möchte ich euer und ihrer aller Blick bitte mal in diese Ecke lenken. Da stehen die Kameramenschen von morgen und übermorgen. Guckt mal bitte. Schaut mal bitte. Da. Da ist die Jugend und der Nachwuchs. Und die wären ja nicht hier und würden sich das nicht anschauen, wenn sie nicht an dem Beruf des Kameramannes oder der Kamerafrau Interesse hätten. Oder überhaupt, wenn es um die Medienbranche geht. Also ich finde das toll, dass ihr gerade in diesem Moment hier seid und uns dieses wunderbare Abschlussbild liefert. Ich bedanke mich bei euch für diesen wieder sehr, sehr spannenden, ereignisreichen Talk. Bei Ihnen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gerne noch hier. Bis 16 Uhr geht es noch weiter. Es gibt noch einige Informationen hier an den Ständen rundherum. Und ansonsten dürfen wir uns bei Ihnen verabschieden. Und haben Sie alle eine gute Zeit. Und bleiben Sie gesund. Dankeschön. Eine ganz kurze Sache muss ich jetzt einfach auch in meiner Funktion als Vorsitzender, als BWF-Carlos werden. Ihr könnt euch gerne am Stand auch nochmal informieren entsprechend. Es gibt auch die Möglichkeit als Azubi in den Verband zu gehen. Und könnt euch da bitte erkundigen am Stand, wie das möglich ist und was ihr davon letztendlich habt. Das wollen wir jetzt hier nicht näher erläutern, aber die Möglichkeit besteht. Danke dir. Danke Ihnen.